Doktor? Doktor? Oh, das tut weh. Danke fürs Warten. Du bist die Nächste. Ich? Oh nein, ich hab solche Angst. Du, nimm den Bauch. Und die Babys. Viel Glück. Bist du bereit? Was ist passiert? Wir schauen jetzt in deinen Bauch. In meinen Bauch? Hi, Mami. Hi, ja. Ich liebe dich, Mami. Bereit zum Rumpeln? Babys. Ihr Mittagessen. Oh, ich glaub, ich hab einfach noch Hunger. Nicht das gesunde Essen. Pizza. Lecker. Meeresfrüchte. Eiscreme. Bohnen. Wegwerfen. Lecker. Ihr wollt Babys. Für meine Babys tue ich alles. Glückliche Babys. Glückliche Mama. Alles rein. Jetzt mischen. Los geht's. So ist es viel praktischer. Sieht so cremig aus. In eine Pfanne geben. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Hitze, um es zu backen. Lass den Dampf ab, Schwester. Jetzt kann es geformt werden. Als nächstes fügen wir noch ein paar Figuren hinzu. Das perfekte Schildkrötengrün für den Kopf. Die Maske, die Kulleraugen, das süße Lächeln und der Rest. Nicht zu vergessen die fluffigen Brötchen. Oh, wackel, wackel, dribbel, dribbel. Ein Teller wackelndes Mittagessen. Probieren wir es. Hahaha. Was für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Der beste Teil. So befriedigend. Oh, jetzt kommt er. Hey, zeigt ihr ihre Medizin. Das ist gut für die Babys. Nein, ich mag keine Medizin. Schrecklich. Heilige Schildkröte. Oh, mein Magen knurrt. Ja, komisch. Abführmittel? Oh je. Äh, upsie. Das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Ich muss aufs Klo. Schnell, schnell. Bye, bye, Oreo. Zeit zu gehen. Weil dich. Die Tarte ist vollbracht. Was, Flamingo? Mädchen, füttere mich. Ich will auch aufs Klo. Oh, okay. Mach den Mund auf. So ist es gut. Gut kauen, okay? Oh. Jetzt füll die Schüssel. Here I go. Oh, oh. Gotta go. Oh, oh. Gotta go. Oh, oh. Gotta go. Gotta go. Oh, es kommt raus. Oh. Oh, wow. Winzige Orbeez. Du hast mich überfüttert. Juhu. Regenbogen-Orbeez. Juhu. Zeit für ein Fußbad. Oh, so entspannend. Komisch, aber okay. Wow, so cool. Aber ich muss jetzt ins Bett. Kommt schon, Babys. Arbeitet mit mir. Ich kann es schaffen. Hilf mir, Flamingo. Ja. Ja. Ah. Oh. Oh, ich brauche etwas, das gut hält. Genau was ich brauche. Und ich kombiniere das mit dem hier. Seil an der Stange festziehen. Jihah. Bye-bye, Vögelchen. Oh. Volltreffer. Toll. Oh. Oh, mein Hut. Oh. Gut angekommen. Jetzt können wir schlafen gehen. Teenage Mutant Hero Turtles. Shh. Ich will schlafen. Teenage Mutant Hero Turtles. Teenage Mutant Hero Turtles. Teenage Mutant Hero Turtles. Die hören nicht auf mich. Oh, ich weiß. Ich muss mich mit ihnen verbinden. Die traditionelle Art, sich mit der Welt im Bauch zu verbinden. Du befestigst den Draht an der Dose. Und fertig. Probieren wir es aus. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ach, wie bist du mir so fern. Ach, komm, Mama. Langweilig. Äh. Ah. Okay. Hm. Musik. Yo, was geht ab? Big Mama hier. Bereit, Jungs? Ha, 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 ha. Yeah. Yeah. Los geht's. I want my bills paid, yep. Rent paid, yep. Nails did, oh. I want my bills paid, yep. Rent paid, yep. Nails did, uh. Oh, yeah, yeah. Rizzle, razzle. Hört auf eure Mama und geht schlafen. Oh, nacht. Mehr hab ich nicht zu sagen. Yeah. Little Mama ist raus. Ciao. Oh, nein. 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 Was ist denn hier passiert? Warum so dreckig? Besser sauber. Äh. Äh. Ich komm nicht ran. Äh. Äh. Komm schon noch ein bisschen. Äh. Aha, ich kenn ein Hack. Mein brillanter, schlauer Verstand enttäuscht mich nie. Den muss ich mir ausleihen, Kinder. Aha. Und etwas, um den Besen zu befestigen. Ich bin ein Genie. Fertig. Und fang an zu fegen, Kumpel. Vroom, vroom. Auftrag angenommen. Ich feg den Boden wie ein professioneller Roboter. Oh, das ist so toll. Keine Stelle auslassen. Ich sauge alles ein. Kawabonga. Es wird glänzen wie ein Spiegel. Nichts wird zurückbleiben. Oh, yeah. Fertig. Wow. Blitz sauber. Gut gemacht, Jungs. Juhu. Bitte schlafen. Was? Hm? Psst, psst. Nimm das. Wow. Massagegerät für den Bauch. Das brauchen meine Babys und ich. Damit entspannen sich meine Babys wieder und schlafen ein. Wie gefällt dir das Baby? Wow. Einfach mega. Mama fühlt sich auch so. Ja. Es ist Zeit, Mama. Willkommen raus. Geburtstag. Geburtstag aktivieren. Hä? Ah. Okay. Los geht's. Wow. Fertig. Hallo Mama. Hallo Welt. Oh, meine Babys. Ihr seid so süß. Seht euch meinen neuen Mehrjungsfrauentanz an, Leute. Bewegt euch. Wuhu. Mein Bauch. Wuhu. Wuhu. Tut mir leid, Leute. Ich fühle mich heiß, windig, erdig und schwebend. Verrückt geht es jetzt wirklich wie Fieber. Ihr Doktor. Hey, Madame. Kommen Sie mit mir. Sie sind schwanger. Mit vier Babys. Was? Vier Babys? Wuhu. 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 Tanz, Mami. Hart drücken. Oh, das ist ein großer. Jetzt wird's sauber gemacht. Ich komm nicht ran. Du wirst mir helfen, Herr Skelett. Keine Sorge. Deine Hilfe wird sehr geschätzt. Ich sorge dafür, dass du mit dem Toilettenpapier gut ausgerüstet bist. Ja, so wischen wir uns den Hintern ab. Erledigt. Igitt. Ekelhaft. Gute Arbeit. Uhu. Hier gibt es eine große Welle. Igitt. Woher kommt der Dreck? Also gut. Ich muss es sauber machen. Komm schon. Nein, nein. Atmen. Probiere diese. Verwandle sie einfach in den Fußschrauber. Also, an die Arbeit. Wir brauchen Puppet. Die Zellen absprengen. Das ist irgendwie beruhigend, obwohl... In die Höhle kommen. Erledigt. Klebe die Zellen auf die Sohle der Sandale. Bedecke die ganze Fläche mit den bunten Zellen. Wow. Oh, ekliger, dreckiger Fuß. So, zeit dich zu säubern, stinkender Kerl. Wow. Es fühlt sich so gut an. Reibe sie ab, bis sie perfekt gereinigt sind. Wow. Erstaunlich. Ein richtiger Füßetraum. Oh, meine Beine sind so haarig. Oh, ich weiß. Nein. Zeit für die Beinrasur. Ah, ah. Wir brauchen etwas Hilfe. Los geht's. Bereit für die ultimative Rasurmission. Oh, ja. Vergiss den Rasierschaum nicht. Okay, jetzt reicht's. Igitt, warum musste Mama mich mit so vielen Haaren beerben? Also gut. Nun brauche ich immer noch Hilfe, damit der Rasierer alle Stellen an meinem Körper erreicht. Was denkst du? Genial, oder? Mach meine Beine geschmeidig, Bro. Oh, ja. Das war's. Vorsichtig und langsam. Ich will nicht, dass sie stachelig werden. Oh, wow. Mission erfüllt. Sie sehen glatt aus und fühlen sich auch glatt an. Oh, meine Kleinen. Was ist denn hier los? Babys, bitte. Es juckt so sehr. Ich kann's nicht mehr ertragen. Ich muss etwas damit machen. Mami muss tun, was Mami tun muss. Puste all diese Bauchnoppen aus. Raus mit dir. Du wirst ein starker Juckreis im Bauch. Jetzt ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Wir nehmen jetzt die Kontrolle. Kontrolle aktiviert. Also gut. Wir brauchen etwas Bauchmake-up. Beginnen wir mit einer Foundation. Sanft klopfen. Babys lieben sanfte Streichlein. Okay, als nächstes kommt das Augenmake-up. Welche Farben sind am besten für unseren Babybauch geeignet? Gut, dann also eben blau. Papa sagt, Babys haben blaue Augen. Du weißt schon. Das macht mir wirklich Spaß, Schösterherz. Weiter zu den Lippen. Bist du sicher, dass das Lippen sind? Du weckst hier auf. Hey, gut gemacht. Oh, schau dir diese blauen Augen an. Oh, diese knallroten Lippen. Oh, was ist das? Oh, warte mal. Habt ihr das gemacht, Kleinen? Yeah. Gute Geschichte. Oh, Ursula ist hier. Oh, Schatz, schau. Doch, Mami. Oh, ich seh so hässlich aus. Oh je, ich hätte wohl ein anderes Po lesen sollen. Na gut, sie braucht definitiv ein Taschentuch. Hier, Schatz, damit wirst du dich besser fühlen. Oh, du hast recht. Ich bin traurig, aber ich bin glücklich. Ich verstehe nicht. Wow. Geschlechtsenthüllungsparty? Das ist der Hammer. Es gibt sogar einen süßen Regenbogen mit meinen Lieblingsblumen. Hast du das alles für mich gemacht, Schatz? Ja, Schatz, finden wir es raus. Lass mich dir helfen. Lass es kochen, Mädchen. Huch, äh, was ist denn hier los? Hat mein Furz gerade ein Wirbelbind erzeugt? Wow, hier kommt der Kleine. Sicher gelandet, jetzt geht's zur Mission. Endlich bist du da. Lasst uns an die Arbeit machen, Leute. Los geht's, größer, größer. Oh yeah, vier Luftballons schweben in der Luft. Aber für die große Enthüllung müssen wir die Ballons platzen lassen. Los geht's. Eins, es ist ein Junge. Zwei, es ist ein Mädchen. Wow, Schatz. Nein. Okay, dann mache ich es eben. Oh wow. Oh wow, Feuer. Und jetzt der letzte. Ein Junge oder ein Mädchen. Ja, es ist ein Junge. Oh nein. Oh nein. Huch. Oh, oh, ah. Essen, wir müssen was zu essen, Mami. Ein kleiner Snack, Ma'am. Wow, danke. Oh, Süßigkeiten. Nur eins? Warum? Nun, es ist genug, denke ich. Oh. Ich bin immer noch hungrig. Meine Kleinen sind es auch. Orangen. Ja. Wir werden etwas Leckeres kochen, Babys. Oh, diesen frischen Saft auspressen. Das ist eine Menge Saft aus einer Orange. Das ist der lustige Teil. Fügen wir die beiden wichtigsten Zutaten hinzu. Zucker und Gelatine. Rein mit dir. Boom. Wow, sieh dir diese hübsche Orangefarbe eine Flüssigkeit an. Jetzt werden wir es in eine Form übertragen. In einen Glaskolben füllen und in eine Bärenform gießen. Dann die gesamte Mischung in die Form geben. Okay. Tschüss. Jetzt Feuer. Es ist es, wovon ich spreche. Riesiges Orangengummibärchen. Oh, jetzt ist es hart, aber weich genug. Es ist auch klapprig. Ich wette, es ist so kaubar. Ich bin so bereit dafür. So lecker. Mögt ihr es, Babys? Oh, ja. Juhu. Juhu. Hm, das sieht nach einer guten Idee aus. Nun, dann versuchen wir es mal. Fantastisch, die besten Toppings für mein Gummibärchen. Beginnen wir natürlich mit Schokolade. Nimm so viel, wie du willst. Leg es oben auf das Gummibärchen. Dann Schlagsahne dazugeben. Lecker. Oh, Gurke. Leg es oben drauf. Hä? Nein. Oh ja, köstlich. Oh ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh. Oh mein Gott, das ist so lecker. Oh. Mami. Ach, oh. Armes Baby. Hm, lass mich deinen Zustand prüfen. Gut. Atme tief ein. Du bist schwanger. Oh, es ist eine Frühgeburt. Wir müssen einen Kaiserschnitt durchführen. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut werden. Jetzt nehmen wir das Baby heraus. Oh, wow. Winzig kleines Baby. Deine Mama wird dich so sehr lieben. Mutti. Ich werde deine Mama zuerst nähen, bevor sie dich halten kann. Du wirst wieder gesund, Mama. Fertig. Mein Baby. Mutti. Mama. Noch ein Baby? Eine neue kleine Schwester? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem hier anfangen soll. Entspann dich, Papa. Langweilig. Lass uns teleportieren. Oh, ich helde. Autsch. Oh, Schatz. Ich fange dich auf. Oh, oh. Puh, das war beeindruckend. Oh, meine Babys. Sie sind in Ordnung. Danke. Aha, sie werden mir helfen. Oh, hallo, Mama. Also, meine Babys. Jetzt werden wir kreativ. Schneide den Schwanz so ab. Viel Spaß beim Zeichnen das Gesicht. Oh. Und fertig. Bereit zum Servieren, Ma'am. Baby Mama sicher. Gut gemacht. Was? Oh, es ist soweit. Die Babys kommen raus. Ich glaube, meine Babys kommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin der Chirurg. Ich bringe ihre Babys sicher und gesund raus. Oh je. Das ist mein erster Tag. Es wird schon gut gehen. Es wird großartig. Oh. Wo ist es, wenn ich es brauche? Komm schon. Hä? Das wird funktionieren. Okay. Mal das. Hallo, ihr Süßen. Nun, innen scheint es gut zu gehen. Wir brauchen das nicht mehr. Sie haben es geschafft. Oh, hallo, du mein süßes Bärchen. Du siehst so niedlich aus. Oh, hi, Mom. Ich muss nur. Upsi. Tut mir leid, Mami. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Das kannst du nicht machen. Du hast Mami ganz nass gemacht. Bringen wir es in Ordnung. Wir machen eure Kleidung bunter und cooler. Färben wir dieses Tuch ein und schauen, wie die Farbe durch den Stoff sickert. Erstaunlich. Nun ist es fertig. Meine Babys sind in ihrer eigenen Farbe gekleidet. So süß. Oh, wow. Oh, so schön. Ich bin cool. Ich bin cooler. Ich bekomme ein Baby. Ein kleines, kleines Baby. Liebling, lass uns das Geschlecht herausfinden. Natürlich, Schatz. Peng. Wow. Das gibt es doch nicht. Eine Spinne? Aua. Lass mal sehen. Das Röntgenbild wird alles zeigen. Ich kann das und das. Oh, hallo, Papa. Harley, wer ist dieses Baby? Was? Wovon redest du? Oh, mein Bauch. Bauchkontrolle. Wir müssen auf die Toilette sofort. Komm schon, Harley. Du schaffst das. Es ist so kalt. Oh, oh. Uff, interessant. Hallo. Stimmt. Ich kann sie alle auf die Klobrille kleben. Viel besser. Hurra. Jetzt kann ich mich endlich hinsetzen und... Nein. Pressen, Harley. Pressen. Yeah. Klopapier. Oh, nein. Es ist wieder weg. Was machen wir jetzt? Oh, das hat jetzt geklaut. Das könnte helfen. Vorsicht, keine Angst, ich tue euch nichts. Wow, das Gadget ist mega. Ich lege es mal hier rein. Und drücken. Probieren wir es aus. So gut. Yay, alles sauber. Eww. Wer hat das hier gelassen? Das muss ich sauber machen. Nein, Mama. Nein. Das hilft nicht. Hä? Oh. Quack, quack. Genau, Team. Harley muss sich die Füße putzen. Komm, Mami. Oh, ja. Zuerst brauchen wir Seife. Vorsichtig. Dann spüren wir den Fuß ab. Genau so. Und rein in eine warme, kuschelige Socke. Ganz einfach. Die erste und die zweite. Ah. Ah. Nach den Socken kommen die Schuhe. Das brauche ich. Einfach festhalten und anziehen. Schön langsam. Und fertig. Super. Oh. Was haben wir denn da? Hallo, Schönheit. Ein Monster? Oh, armes kleines Ding. Mit einem Bauch wie meiner. Aber was ist das denn? Ein kleiner Check. Und jetzt abhören. Oh mein Gott. Sie ist schwanger. Sie braucht einen Kaiserschnitt. Hier schneiden. Mal sehen. Wo ist das Baby? Nicht hier. Und nicht hier. Oh. Hier ist es. Das erste. Das zweite. Und das dritte. Wie süß. Komm, wir machen dich sauber. gut einwickeln. Gut einwickeln. Und zu Mama bringen. Mein Schatz. Oh. Du bist so süß. Oh. Ich brauche Platz, Mama. Oh. 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 Mein T-Shirt. Es bedeckt kaum noch meinen Bauch. Was mache ich jetzt? Mal sehen, was ich hier noch habe. Oh, das. Zu klein. Das? Auch nicht. Oh. Das da. Ja. Das könnte passen. Nicht schon wieder. Okay. Probier das mal. Okay. Haha. Ja, genau so. Viel besser. Und die Ärmel zubinden. Das gefällt mir richtig gut. Echt schön und kuschelig. Ich mag das T-Shirt aber nicht. Tut mir leid, aber ich muss es tun. Hä? Oh. Oh nein. Nicht schon wieder. Spinnenmodus. Aktiviert. Malenmodus. Aktiviert. Hier auftragen. Hier. Und hier. Mission erfüllt. Oh. Was ist passiert? Oh wow. Neues Spidey-Design. Wie cool. Oh. 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 Blöder Kaktus. Oh. Aua. Das tat weh. Oh nein. Sie ist in Gefahr. Volle Kontrolle. Alle Gefahrenstellen erkennen. Analysieren. Analyse abgeschlossen. Das werden wir brauchen. Ja. Ha. Schutzmodus aktiviert. Warte. Warte. Was? Wow. Das ist genial. Auch scharfe Ecken. Oh. Und du. Das auch. Check. Check. Perfekt. Nein, das reicht nicht. Wir brauchen mehr Schutz. Hier. Und hier. Je mehr, desto besser. Fertig. Helm auf. Fertig. Und jetzt testen wir Harley. Schneller, schneller. Bitte nicht aufhören. Check. Check. Toll. Und das. Toll. Oh. Zeit zum Schlafen. Oh. Warte. Ich will nicht schlafen. Ich fühle mich nicht gemütlich. Oh. Oh je. Oh. Da. Oh. Das ist unerträglich. Wie wär's damit? Genau die richtige Form und Größe. Endlich. Kann ich schlafen. Oh nein. Nutzloses Ding. Oh Gott. Oh. Kissen. Wir müssen sie zusammennähen. Masche für Masche. Kissen für Kissen. Und? Probieren wir es aus. Aha. Schön. Hallo. Oh. Du hast es vergessen. Alles klar, Jungs. Ich setze dich mal hier hin. Ja. Du hier. Und du hier. Juhu. Mit euch an meiner Seite werde ich endlich Ruhe finden. Süße Träume. Äh. Was? Mami. Nein, nein. Ich kann das nicht hören. Ich höre mir lieber das an. Warte. Ich habe eine Idee. Wie wär's mit Musik, Baby? Yeah. Rock it, Mama. Rock. Endlich. Hey, Kleines. Wach auf. Oh, Harley, entschuldige. Das ist mein Opa. Ich habe meinen Stammbaum gecheckt. Wie geht es meinem Baby heute? Wie geht es unserem kleinen Schatz? Hey. Aua. Aufhören. Tut meinem Baby nicht weh? Was? Was ist das denn? Echt witzig. Hä? Hä? Oh, das kann ich auch gebrauchen. Aufmachen. Das Netz rein. Und jetzt genau hier hinlegen. Schön langsam. Ganz vorsichtig. Perfekt. Und gut geschützt. Jetzt bin ich sicher, Mama. Danke, Mama. Oh, wow. Das brauche ich jetzt. Wow. Und das? Oh, wir machen noch ein Spidey. Ich hab's. Zuerst kommt der Körper. Dann die Beine. Ganz vorsichtig. Dann die Augen. Und die wütenden Augenbrauen. Baby. Ich will dich anfassen, Baby. Baby. Dann mal los. Giftiger Spinnenbauch. Oh, Baby. Oh, mein Gott. Spinne. Hast du deinen Papa erschreckt? Was? Oh, meine Fruchtblase ist geplatzt. Upsi. Ich bin bereit zum Abflug. Ich komme. Ja. Ich bin bereit für die Geburt. Oh, wie schwer. Jetzt brauche ich noch ein Accessoire. Lass mal sehen. Schieb es einfach durch. Und fertig. Voila. Jetzt ist das Baby immer bei mir. So laut? Bitte nicht weinen. Wir können ihm helfen. Stimmt. Essen. Bitte. Ich flehe dich an. Iss. Mein Gott. Was? Wie? Denk noch. Oh, das habe ich vergessen. Hier hinstellen. Hier hinstellen. Ja, es ist sicher und elastisch. Fülle es mit Essen. Und zumachen. Mh, lecker. Ein Löffel für Mama. Juhu. Gut. Komm zu Mama. Die Mission ist erfüllt. Okay. Bist du bereit zu essen? Wie wäre es mit ein paar Bananen? Hey, gut gefangen. Hier kommt noch mehr. Oh, Popcorn. Igitt, eklig. Ach, vergiss es. Aber was ist damit? Igitt, eklig. Gut, gut. Wie wäre es mit ein paar salzigen Chips? Oder vielleicht eine Barbie? Setz dich genau hierher. Perfekt. Jetzt müssen wir diese Dellen ausfüllen. Oh, schön. In perfekter Form. Sieht irgendwie vertraut aus. Wie ein Herz natürlich. Ich frage mich, wie es schmeckt. Äh? Äh. Schau. Warum ist sie gelb? Was kommt aus diesem Ding raus? Barbie, pass auf. Naja. Oh, ah. Wir können doch etwas ändern. Sieht schon besser aus. Tschüss, Lange Locken. Jetzt kommen wir wirklich weiter. Bis später, Barbie. Oh. Ich hoffe, du kannst da drin atmen. Die perfekte Kugel. Oh, so befriedigend. Man muss zwei Beine haben und natürlich Arme. Okay, du bleibst also genau hier. Es muss nur ein bisschen flacher werden. Ich sehe dich zweimal. So, und jetzt der Schwanz. Niedlich, nicht wahr? Mua. Mein neuer kleiner Freund. Ah. Es ist eiskalt hier drin. Oh nein. Was ist passiert? Mein Teddy. Gib mir einen Zungenkuss. Hoppla. Du hier und du hier. Mein Hintern wird so warm sein. Es kommt wirklich zusammen, siehst du? Alles erledigt. Ah, das ist so viel besser. Puh. Der Burrito von gestern hatte es in sich. So eine Erleichterung. Bist du der Aufgabe gewachsen? Ich kann kaum noch etwas erreichen. Oh, schön dich zu sehen. Gerade zur rechten Zeit, hm? Wahnsinn, mächtig. Zeit für eine Probefahrt. Halt dich gut fest. Hier geht nichts. Oh, hab dich. Oh, das ist aber eine schwere Last. Ich werde das Zeug auf jeden Fall brauchen. Oh, danke. Oh nein. Ich schwöre, die haben mal gepasst. Ich bin jetzt schon erschöpft. Oh. Gut, dass ich das hier drin gelassen habe. Ich brauche nur dieses kleine Ding. Häng ihn einfach über den Knopf. Dann zieh es so durch. Schön. Niemand wird es je erfahren. Komm mal rein. Mach es dir bequem. Oh, wow. Yeah. Miau. Viel besser. Aber was ist mit Miau? Miau. Mein neues Zuhause. Ähm. Tut mir leid. Du musst gehen. Ich denke, diese Ecke wird reichen. Oh. Oh, hallo. Oh Gott. Oh. Ich werde hier draußen für immer festsitzen. Warum will mich niemand? Ich bin dazu bestimmt, allein durch die Welt zu wandern. Oh, es reicht jetzt. Oh, kann ich mir das Messer leihen? Es geht aufwärts. Es geht aufwärts. Ich brauche nur ein wenig Wärme. Und das ist der Moment, in dem Magie geschieht. Oh, cool. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Schwamm. Nun zumindest die Hälfte. Und einfach so habe ich ein paar Tränensäcke. Niedlich, nicht wahr? Die kleinen Details machen sie zum Hingucker. Also... Schauen wir es uns an. Zwiebelzeit. Oh Mann, diese Dinger sind durchnässt. Das hat ja nicht lange gedauert. Oh. Hm, ich denke, sie sind nützlich. Benutzt jemand das? Ich könnte wirklich etwas Ruhe gebrauchen. Die sind ganz schön steif. Ach, komm schon. Igitt, das war's. Ich kann nicht mehr schlafen. Schauen wir mal. Hey, siehst du diesen riesigen Pokeball? Oh. Ich weiß. Ich muss nur etwas Luft ablassen. Fast? So, jetzt haben wir uns verstanden. Es ist soweit. Man muss nur die richtige Platzierung finden. Oh, Nacht. Wow, das brauche ich. Danke. Hey, komm wieder her. Oh. Oh je. Eine Stretch-Teil, je? Ich kann etwas davon gebrauchen. Und das? Oh, das auch. Die passen genau hierher. Hm. Oh, das Teil ist perfekt. Bleib hier, okay? Oh, es ist alles fertig. Spring auf. Spring auf. Oh. 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 Es ist so gemütlich. Hm. Ich träume süß. Hey. Baby. Hey. Hey. Ich will tanzen. Was? Oh nein. Oh nein. Nicht schon wieder. Funktionieren die? Wow. Hör das auch mal an, Baby. Hier, bitte sehr. Äh. Oh. Oh wow. Was ist das für ein Lärm? Wie? Oh. Wer ist ein glückliches kleines Baby? Oh nein. Nein, danke. Äh. Hey. Die sind für dich. Oh danke. Ich danke dir. Oh. Ich hab eine Idee. So. Ich brauche nur die Mützen. Und natürlich dies. Wer? 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 Ach äh. Danke, Ball. Ich fang mit Blau an. Und nun zu den restlichen Mützen. Ah. Ein wahres Kunstwerk. Hm. Vollkommen durchgekaut. Bitte sehr, Baby. Gut, dass ich dieses Zeug wirklich gerne kaue. Kannst du sagen, was das ist? Ein Fuß. Man kann es durch mein Hemd sehen. Ah. Gucci-Goo. Au. Du bist einfach so süß da drin. Hehehe. Au. So ist es richtig. Lassen Sie das, Mister. Mein Rücken. Ah. Ah. Meinen Rücken geht es besser. Aber alte Damen zu erschrecken ist nicht okay. Oh. Bin ich wirklich gerade in Kacke getreten? Huh. Nehmt diese Gemeinheit von mir runter. Wie geht? Und es ist immer noch warm. Hm. Oh. Das ist die nächste Stufe. Ich brauche Stiefel. Oh. Danke. Diese müssen genügen. Aber mit einem Bauch wie diesem kann ich mich nicht bücken, um meine Fersen hineinzuschieben. Dieses Teil ist mein neuer bester Freund. Die perfekte Passform. Hä? Danke. Huh. Ich bin erschöpft. Ach. Ich muss immer noch diese blöden Dinger binden. Oh. Komm schon. Dieses Bäuchlein ist so im Weg. Fast. Wie auch immer. Gib mir das Teil. Das war's. Es ist doch dehnbar, oder? Im Moment würde ich alles ausprobieren. Passt er hier durch? Und was ist mit dem anderen? Ich kann verschiedene Farben verwenden. Sind die nicht hinreißend? Ich liebe meine neuen Schuhe. Ganz schön raffiniert. Was kommt aus dir heraus? Ich glaube, es hat angefangen. Lass mich nachsehen. Ich glaube, es ist Zeit. Ich werde Mutter. Äh, hey. Es ist Zeit, sich zu outen. Ich komme, Harley. Portiere mich hinein. Und dann sagte er so, naja, ich mag halt irgendwie nur vernünftige Lassen. Das ist doch, das glaubt. Okay, das Spiel geht. Das ist so süß, Harley. Ich möchte eine zäufere Verbindung aufbauen, Mädchen. Ja. Oh, das Bluetooth-Gerät wurde erfolgreich verbunden. Oh. 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 Ich erwarte ein Baby. Oh, was braucht das Avatar-Baby? Avatar-Erziehungsratgeber. Schaffe zunächst einen Wald. Ich bin bereit dafür. Grasmacher. Mutter Natur ist da. Haha. Lass es regnen. Das ging aber schnell. So gemütlich. Nächster Schritt. Hippidi-hoppidi-verschwinde von meinem Grundstück. Ja. Oh. Poolnudeln. Kommt her. Ah. Hm. Bäh. Blöde Wand. Hände hoch. Mutter Natur wird wieder einmal regieren. Hahaha. Ja. Ich kann mit diesen Nudeln etwas zaubern. Oh. Da fällt mir etwas ein. Himmelsmenschen. Ach. Das birgt ein Geheimnis? Okay. Lass mich nur. Aha. Zeit zum Schneiden. Nein. Ich rede nicht mit Ihnen, Herr Redakteur. Jetzt schäle sie wie eine Banane. Oh. Ich muss es sichern. Jehe. Lass uns die Sache zu Ende bringen. Dieses Video wird immer verrückter. Waaah. Yeah. Lass uns ein paar Farben hinzufügen. Yeah. Ach. Ich habe wirklich das Lila und das Grün weggeworfen. Nicht wahr? Oh. So traurig. Oh. Die Farbe ist getrocknet. Baby. Bist du bereit für Magie, die in deinem Wald passiert? Was würde Batman denken, wenn er mich so sähe? Und ich dachte, ich war vorher ein Clown. Oh. Toll. Ha. Oh. Es ist so schön. Es wird sich auf Pandora wie in der realen Welt anfühlen. Oh. Gefällt es dir? Oh. Du magst es wirklich. Du gehst aus. Oh. Oh. Nein. Es ist zu dunkel. Oh. Du bist zurück. Ich schätze, es ist zu unheimlich für dich hier. Ich mache es sicherer. Oh. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, Baby. Wow. Der Weg des Lichts. Oh. Oh. Wer war das? Hm. Was könnte ich damit machen? Ich schaue mal im Guide nach. Aha. Hm. Okay. Hm. Ja. Batman wäre stolz auf mein Karate. Hahaha. Vorsichtig. Majestätisch. Ich bin ein Künstler. Meistens ein Spinner, aber auch ein Künstler. Wow. Seht euch das an. Schwimmt, ihr kleinen Quallen. Oh. Es hat geklappt. Wow. Es fliegt. Buchstäblich. Komm her, kleiner Mann. Oh. Es kommt. Ein zweites Mal. Oh, Baby. Ich bin so froh, dich zu sehen. Du willst deine Mami kennenlernen? Ich habe Hunger. Ja. Okay. Lass uns den Wald erforschen gehen. Soll ich? Die sind gut. Solltest du probieren. Mami. Wie bitte? Ich will pupen. Oh. Oh. Oh, Baby. Ich weiß, dass wir in einem Wald sind, aber es gibt trotzdem ein paar Regeln. Ich gebe dir ein Gadget. Schließe die Augen. So. Dein eigenes Schloss, blauer Prinz. Zeig. Das ist eine Toilette. Eine Tasche zum Auffangen der Spannungen. So. Schönen Tag noch. Oh. Jemand ist schmutzig. Dieses Video ist ein echter Fiebertraum. So bin ich nun mal. Leute, verurteilt mich nicht. Mami ist bereit. Schwätze hoch. Hände runter. Ich hoffe, du bist nicht so Mittag, Zuschauer. Hahaha. Oh. Du bist schmutzig wie deine Mama. Oh. Was ist das? Sch. Lass mich das machen. Bedecke dich. Oh. Was macht ein Mensch auf Pandora? Ja. Mach dich bereit für die Transformation. Hahaha. Mein kleines Auge sieht, dass ein neuer Avatar kommt. Da gibt es nichts zu sehen. Du verpasst nichts. Von der Wald der Farbe überrascht? Siehst du dir das Video überhaupt an? Jetzt muss es genau sein. Mann, ich vermisse Gotham. Oh. Ich bin ein sehr guter Maler. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Wow. Und jetzt der Körper. Oh yeah. Seht euch dieses Kunstwerk an. Harley-Wer? Hahaha. So ein hübscher, junger Avatar. Zeit, mein Baby kennenzulernen. Oh, hallo. Oh, Mädchen. Baby, wir werden so nett sein. Oh. Ah. Verteidigungsmodus. Das muss ich hinbekommen. Der DIY-König ist hier. Okay. Andere Ende nicht vergessen. Ja. Lass mich das testen. Aha. Erlösung. Lass mich meine... Ach, verdammt ja. Kommt her. Ich kann sein Bein nutzen. Gut, dass mein Verstand am Ende des Videos noch scharf ist. Ha, 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 ha. Zeit für die Polymerisation, Baby. Zu scharf. Ich muss es absprechen. Das ist schon besser. Vorsicht, Eindringling. Vorsicht, Eindringling. Keiner dringt in mein Haus ein. Und jetzt. JJ, hast du Spaß? Harley? JJ, ich liebe dich. Wirklich? Aber ich habe mich verändert. Aber ich liebe diese Veränderung, JJ. Echt jetzt? Du wirst immer einen Menschen finden, der dich liebt. Egal, wer du bist. Ha, 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 ha.